herzlich willkommen zu meinem kurz video es geht hier um die möglichkeit sich den windows desktop anzeigen zu lassen wenn fenster bereits geöffnet sind sich die dann wieder darstellen zu lassen eine ganz einfache möglichkeit ist hier wie ein fenster gerade geöffnet ich gehe nach rechts unten bei der taskleiste rechts von der vom daten von der urzeit ist wie kann desto anzeigen angehen also eingeblendet ich klicke mit der linken maustaste jetzt drauf verschwindet das ganze klick wieder drauf und das fenster wird wieder dargestellt ich kann das auch mit einer tasten kombination machen wenn ich hier die windows taste und die drücke dann verschwindet es wieder wie lust der wasser wieder eingeblendet und das war schon danke für deine aufmerksamkeit ja